hallo meine lieben zuschauer das ist genau 18 uhr ich denke mal dass ja ich denke mal ab 0 uhr bis 6 7 uhr morgens werden sicher noch zwei videos von mir kommen ich habe eigentlich vor resident evil 7 weiterzumachen auf meinen zweitkanal happy feel gamer das wird dann die 14 folge und ja ich denke mal dass ich dann noch ls 22 zeigen werde vielleicht auch ls 19 habt spaß dabei wenn ich das online stellt beide videos und ja ich wünsche euch morgen sehr schönen montag und eine sehr schöne woche und dass ihr gutes wohlbefinden habt dass euch gesundheitlich gut geht und ja dass ihr glücklich seid das wünsche ich mir einfach für meine zuschauer gehabt euch wohl